Cary Mulligan, die versierte Schauspielerin, die für einen Oscar nominiert wurde, hat entschieden Stellung gegen Megan Markeles Behauptung bezüglich der Rolle von Felicia Monte-Alegre in der Netflix-Biografie Maestro bezogen, in der Mulligan selbst die Figur spielt. In einem offenen Interview mit Vanity verenthüllte Maeligan, dass Markele, die ehemalige Schauspielerin und Herzogin von Sussex, versucht hatte, ihr Casting zu stören und die Rolle zu übernehmen. Maeligan enthüllte, dass Markele sowohl den Regisseur als auch seinen Co-Star Bradley Cooper kontaktiert hatte, um ihm davon zu überzeugen, sie als Felicia Monte-Alegre zu besetzen. Felicia, eine chilenisch-amerikanische Schauspielerin, war 26 Jahre lang mit dem legendären Komponisten Leonard Bernstein verheiratet. Angeblich rief Markele Cooper an und betonte, dass sie perfekt für die Rolle geeignet sei, und verwies auf ihren gemeinsamen Hintergrund und ihre gemeinsame Erfahrung mit Felicia. Sie erwähnte auch, dass ihr Engagement erhebliche Aufmerksamkeit und Finanzierung für das Projekt generieren könnte. Laut Maeligan unterstellte Maeligan, dass sie, Maeligan, zu weiß und britisch sei, um eine Latina-Figur überzeugend darzustellen, und dass Maeligan eine größere Authentizität und Vielfalt besitze. Cooper, der im Film die Rolle des Bernstein übernimmt, antwortete Berichten zufolge höflich, aber bestimmt, bekräftigte seine Besetzungswahl für Maeligan und drückte seine Zufriedenheit mit ihrer Leistung aus. Ich habe Markeles Arbeit an Zuz gelobt, aber klargestellt, dass dieses Projekt Schauspieler mit einer Erfolgsbilanz in ernsthaften Rollen erfordert. Cooper betonte sein Engagement dafür, den Film zu einer echten Erkundung der Geschichte und Musik zu machen und dabei Sensationsgier zu meiden. Maeligan beschrieb weiterhin Markeles spätere Versuche, sie durch die Verbreitung von Gerüchten und Unwahrheiten in den sozialen Medien und in der Presse zu untergraben. Maeligan startete eine Verleumdungskampagne und warf Maeligan vor, eine Latina-Rolle zu beschönigen, unsensibel und ignorant zu sein und Felicias Herkunft und Vermächtnis nicht zu respektieren. Maeligan stellte sogar Maeligans schauspielerische Fähigkeiten, sein Charisma und die Chemie mit Bradley in Frage und behauptete, sie sei schädlich für den Film. Maeligan ließ sich von Maeliges Sabotageversuchen nicht einschüchtern und bekräftigte ihr Vertrauen in ihre Fähigkeiten und den Film. Sie führte Maeliges Handlungen auf Eifersucht und Unsicherheit zurück und vermutete, dass Maeligan den Film als Plattform für Eigenwerbung und die Förderung ihrer persönlichen Ziele nutzen wollte. Maeligan betonte das Engagement und die Vorbereitung, die sie in die Rolle investierte, darunter das Erlernen der spanischen Sprache, das Studium des Lebens und Werks von Felicia Monte Alegro sowie die Beratung mit ihrer Familie und Bekannten. Sie drückte ihre tiefe Bewunderung und ihren Respekt für Felicia aus und bemühte sich, sie mit Würde und Nuancen darzustellen. Maeligan betonte auch ihre positive Zusammenarbeit mit Bradley Cooper und lobten ihn sowohl als Regisseur als auch als Schauspieler, der ihn während des gesamten Prozesses unerschütterlich unterstützte. Maeligan kam zu dem Schluss, dass sie hoffte, dass das Publikum den Film nach seinen eigenen Vorzügen bewerten würde, unabhängig von der Kontroverse, die Makele ausgelöst hatte. Sie wollte, dass die Zuschauer die Schönheit des Films, die Komplexität der Beziehung zwischen Bernstein und Felicia, die Musik und den historischen Kontext sowie die Leistungen der gesamten Besetzung und Crew schätzen. Maeligan betonte ihr Engagement für die Darstellung von Felicia mit Ehrlichkeit und Integrität und versicherte, dass sie niemandem diese Rolle Interessen habe. Maestro basierend auf dem Buch The Leonard Bernstein Letters soll 2023 auf Netflix erscheinen. Der Film befasst sich mit der leidenschaftlichen und turbulenten Liebesgeschichte zwischen Bernstein und Monte Alegre und meistert Herausforderungen wie Bernsteins Bisexualität, seinen Ruhm und sein Engagement im politischen Aktivismus.